Servus Burschen, wir sind wieder back! Heute bereiten wir uns endlich vor auf den legendären Erzberg. Dax Factor und ich waren letztes Jahr schon dabei mit den Buchmarxis am Erzberg und sind den sogenannten Prolog gefahren. Was so viel wie die Qualifikation für den Hauptbewerb ist nach einem Sonntag. Und wir waren die ersten Buchmarxis, die das jemals eigentlich geschafft haben. War eins von den wildesten Sachen, was wir eigentlich jemals gemacht haben. Ist wirklich extremst, extremst schwer, also ihr könnt es gerne alle mal probieren. Hört euch an zu dem Prolog. Ich werde sehen, es ist wirklich nicht einfach. Man muss wirklich auch Moped fahren können. Es ist nicht nur so, dass man Leistung haben muss ohne Ende. Es schaffen im Prolog die steilen Auffahrten auch teilweise die richtigen Endurofahrer nicht. Und am ersten Tag haben wir es geschafft eigentlich recht easy, würde ich sagen. Am zweiten Tag war die Strecken dann so ausgefahren, dass es nicht mehr so einfach war. Und deshalb weiß ich nicht ob wir hier am zweiten Tag überhaupt starten werden. Am ersten Tag werden wir garantiert starten. Aber ja, ich bin wieder extremst gespannt. Wir haben heute eine Startnummer 200 irgendwas. Das ist ziemlich eine vordere Startnummer. Was das ganze auch nochmal um einiges spannender macht. Weil die guten Fahrer eigentlich davor und dahinter starten. Und vor denen habe ich eigentlich ziemlich Respekt, dass uns die vielleicht nicht ganz ernst nehmen mit Maxi und Ober führen oder was auch immer. Aber er nix wagt, er nix gewinnt und deshalb sind wir heute wieder am Start. Wir werden jetzt einmal das Renngerät waschen. Das ist noch von der Buch-Maxi-Kettl-Farm. Relativ hinnig. Extremst dreckig. Schaut einfach aus wie sauer. Und das gehört alles für den Erzberg ein bisschen auf. Die Möbel. Wir sind da ein bisschen Attraktion auch immer dort. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir. Putzen das Ganze. Hauen den guten Zeug Maxi Factory Motor raus. Hauen meinen allerersten Zeug Maxi Factory Rennmotor rein. Und ich schätze, dass die Leistung trotzdem reichen wird. Dass wir das schaffen. Plötzlich auch putzen immer hin. Bl Kilometer hat. Nö! Es ist noch ein Mal, mit Samen. Nö! 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 Tö! Nö! Nö! Jawohl, ich habe das gute Gerät einmal wieder unten bei mir in der Werkstatt. Das Problem ist, da ist ein Erzberg. Wie erkläre ich das am besten? Man hat eigentlich alles gerade Stickeln, wo man eigentlich übersetzen kann, dass es so ein 90er geht wahrscheinlich. Aber man hat zwei richtig richtig steile und lange Auffahrten, Stahlhänge drin. Und für das braucht man dann leider eine Übersetzung, wo man dann nur so 65 auf die geraden fahren kann. Und das ist halt ziemlich lästig, wenn man das dann mit 65 auf die langen geraden aufstehen lässt und da Sorgen machen muss, dass der Motor vielleicht reibt oder was auch immer. Aus dem Grund wäre es eigentlich sehr schade um den guten Rennmotor. Und deshalb habe ich da meinen allerersten Zeug Maxi Factory Rennmotor. Der war einmal MBR Motor und hat der Zeug Maxi Factory nachgebessert. Und den werden wir da rein tun, eh in Kombination mit dem guten Auspuff. Und alles andere ist eigentlich gleich, das ist auch kein schlechter Motor. Aber ich hoffe nur, dass ich dann auch die Auffahrten mit dem schaffe. Und ja, ich würde sagen, das Unterfangen starten wir jetzt. Wir bauen das Ganze da ein letztes Oberstchen. Okay Leute, bei der Gelegenheit zeige ich gleich einmal den Luftfilter. Ihr habt es schon oft gesehen bei uns. Das ist eigentlich ein IAME-Gokkartfilter. Und zwar schaut das da drinnen so aus. Man hat da eigentlich, der große Fahrer ist nur eine Luftkammer. Und da drinnen ist dann so ein kleiner Filter-Einsatz. Seht ihr da im Vergleich. Das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Filter für den großen Kosten. Aber der funktioniert wirklich sehr sehr gut, die Seht ihr da. Auch wenn es extrem staubt. Immer bei den Rennen ist er nicht übermäßig dreckig. Natürlich ist da auch ein bisschen was, was durch den Schlitz reinfällt. Oder durch das Loch reinfällt. Und jetzt da auch immer ein paar Kerne drin, die dann auch da drinnen umeinander kugeln. Aber das macht denn ganz nichts. Und das ist für uns getestet. Also das ist von uns eigentlich der zuverlässigste Luftfilter, den es gibt für große Rennen. Der Okebo ist schon geschafft, der liegt hier draußen. Neu, alt, bzw. stark, schwächer. Und ja, Ansatzstutzen da drauf, Kupplung da rein. Und Kupplungsdeckel auch da drauf. Und dann werden wir mit dem Ganzen am Erzberg hoffentlich die Leistung wiederholen können. Alles klar. Musik Ich habe die Kupplung schon mal eingebaut, 300ml Automatiköl rein und Auspuff alles drauf. Das heißt wir sind startklar und ich werde das Moped jetzt in den Bus einfassen und wir werden gerne Probefahrt machen. Und dann werde ich euch einen Schlagplan für den heurigen Erzberg-Prolog erzählen. Ich habe die Kupplung schon mal eingebaut. Ich habe die Kupplung schon mal eingebaut. Ich habe die Kupplung schon mal eingebaut. Ich habe noch ein Videodraht, wo die Leute gesehen haben, wie ich den Motor in den alten einbaut habe. Mein ganz mein alter, ich habe noch die zwei. Ja. Ok Pulschen, wir laden gerade in Erzberg ein. Hinter uns die Mopeds, praktisch knapp, oder? Es kommt noch relativ viel. Es kommt noch richtig viel jetzt bei mir. Ja. Auf jeden Fall wird es sehr spannend. Heute Saison-Highlight Heuer, oder? Saison-Highlight Heuer 2023. Und wir werden, ich habe den Laptop mit, nämlich. Ich nehme den Laptop mit. Ja. Dann laden wir Freitag auf Nacht, laden wir Dings gleich rauf. Fahrt. Prolog-Fahrt. 1,10 am Ost. Steht schon. Genau. Und ich habe drei Webcube mit. Das passt perfekt zusammen. Passt super. Genau. Also, ihr werdet am Freitag auf Nacht, werdet ihr schon das erste Video online kriegen. Und wir werden wieder alles für euch filmen. Ich hoffe, dass keine Speicherkarten verlangen wird das Mal, oder? Und was ich noch zum Sagen-Tags-Erwartungen erzähle, was sind deine Erwartungen? Meine Erwartungen? Ja. Also, ich habe keinen Druck. Vorher gesehen habe ich Druck gehabt, dass wir es schaffen. Ja. Das haben wir schon einmal geschafft. Und hier geht es um Spaß und noch schauen. So eine neue Herausforderung ist einfach eine gefeuchtete Strecken. Ja. Das kommt erschwerend dazu. Aber ich freue mich schon drauf. Genau. Also, wir sehen uns Burschen. Viel Spaß beim Mitschauen. Und damit ganz gerne rein. Oh, ja. Ja, idempest. Ja. GarANGHI Boih für Schlüssel horn. Das sind so lange dran. W 17 Jahre in Schweden hibern. sehr lange dran 까 소리를 Merd stressiva. Ja, das war immer wieder. Ja, du General. Und ich bin Almighty und denkang immer mehr Brummome auf noch die Stör Untertitelung des ZDF, 2020